Die Vorteile der Druckgrafik zur Vervielfältigung und Bekanntmachung seiner künstlerischen Ideen sind Ruprecht Geiger schnell klar. Er betont immer wieder, dass jeder Student sich einen Geiger leisten sollte. Neben den nummerierten und signierten Editionen entstehen deswegen auch zahlreiche Plakate und Buchprojekte im Siebdruckverfahren. Des Weiteren bevorzugt Geiger den Siebdruck als Druckverfahren, weil bei diesem die Fluoreszenz-Leuchtfarbpigmente direkte Verwendung finden. Insbesondere für viele Editionen ab Anfang der 90er Jahre werden dieselben Originalpigmente, mit denen der Künstler seit Mitte der 50er Jahre seine Gemälde und Objekte bemalt, herangezogen. Auch der Münchner Künstler und Drucker Ekelan Götze, der eine enge Freundschaft mit Geiger pflegt und mit ihm jahrelang intensiv zusammenarbeitet, verwendet beim Drucken diese Tagesleuchtfarbpigmente. In Erinnerung daran bietet das Archiv Geiger in Kooperation mit Ekelan Götze Siebdruckworkshops an, bei denen nachempfunden werden kann, wie Geiger-Serigraphien entstanden sind. 5. 7. 8. A. 8. 9. Untertitelung des ZDF, 2020